Wir werden auch noch im nächsten Monat da sein, übernächsten Monat, übernächsten Monat, um uns zu sein. Herr Segufer, das, wovon Sie sprechen, ist längst geschehen. It causes fear in our children, it causes confusion in our children. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ein Wort hat getrennt, was niemals getrennt werden sollte. Und Worte haben Kraft. Der Schmerz mancher Worte sitzt tiefer als manche Zellen in unserem Körper. So lasst aufeinander hören und achten auf unsere Wörter. Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten. The N-Word is aggressive. It robs us of our humanity. Dass wir in zwei Wochen genau an diesem Platz wieder zusammenkommen. Ja, man.